Bei Tomaten kommt häufig die Frage, meine Tomaten haben braune Flecken. Das kann einmal natürlich das Laub betreffen, dann hat man häufig Kraut und Braunfäule an dem Laub. Es kann aber auch die Früchte betreffen. Die sehen dann von oben zwar schön aus, aber an der Unterseite eben überhaupt nicht mehr. Sie kriegen diese dunkelbraunen Stellen und dieses Symptom nennt man Blütenendfäule. Das ist eigentlich keine wirkliche Fäule, sondern ein physiologischer Kalziummangel, der daher rührt, dass nicht genügend Kalzium mit dem Saftstrom in diese Früchte hineinkommt, sich dann die Zellwände der Pflanze nicht ordentlich ausbilden können und vertrocknen und verkümmern und ebenso dunkelbraun werden. Die Früchte sind deshalb im Prinzip nicht ungenießbar und schlecht, aber sie sind halt vorne hart und eingetrocknet, deshalb im Allgemeinen nicht mehr zum Verzehr geeignet. Wenn man das verhindern will, sollte man dafür sorgen, dass einmal der pH-Wert im Boden im optimalen Bereich ist zwischen 5,5 und 6,5 mit einer ausreichenden Kalziumverfügbarkeit. Das kann man durch eine Kalkung fördern. Wichtig ist dann allerdings eine gleichmäßige Klima- und Wasserführung im Boden, damit dieses Kalzium auch in die Früchte hinein transportiert werden kann. Und man sollte sie dann nicht zu stark austrocknen lassen und auch nicht zu stark für Schwankungen im Wasserhaushalt sorgen, sondern für eine etwas gleichmäßigere Kultur.